Omas sind die unangefochtenen Küchenexperten. Mit einfachen Tricks bringen sie besondere Aromen in Speisen. Und auch bei Aufläufen und Gratins gibt's eine Geheimzutat, die den Ofengerichten den letzten Schliff verleihen. Der geheime Trick? Zerbröckelte Kartoffelchips für den Extra Crunch. Das ist einfach nur genial. Damit Nudelaufläufe oder Kartoffelgratins so richtig schön knusprig werden, streut Oma eine Handvoll zerbröckelter Kartoffelchips auf den Käse. Das gibt dem Gericht nicht nur eine zusätzliche würzige Note, es sorgt auch für den Extra Crunch. Das Gute? Die knusprige Extraschicht passt zu ziemlich allen deftigen Ofengerichten mit Käse oder Kartoffeln. Am besten verwendest du Kartoffelchips, die nur gesalzen sind. Willst du eine extra würzige Note hineinbringen, kannst du natürlich auch gewürzte Chips verwenden. Oder du experimentierst mal mit ausgefallenen Sorten.